Ich bin sicher, dass ihr das Instrument, das ihr gerade auf dem Video gehört habt, schon kennt. Vielleicht auch das Lied, das ich angespielt habe. Das ist nämlich das Instrument Trompeta. Trompeta gehört zu der Familie von den Blechinstrumenten. Um Trompeta zu spielen, braucht es ganz viel Luft und Vibrationen der Lippen. Das komische Geräusch mache ich dann in das Mundstück ein und lasse so in die Trompeta. Die Trompeta gibt dem den schönen Ton, den man kennt. Mein Name ist Matthias Lehmann. Ich wohne in Antoni und unterrichte am Konservatorium in Friburg Trompeta und Euphonium. Ich unterrichte aber auch in Schmitten. Und wenn gerade ihr Lust hättet, das schöne Instrument lernen zu kennen oder zu lernen, dann bin ich gerne bereit, euch das einmal zu zeigen. Ich hoffe, wir sehen uns schon bald. Die Trompeta Untertitelung des ZDF, 2020